Salübenamt! Findest Klima doof, sitzt auf den Boden und klebst dich fest mit deinen Händen. Auch ein bisschen mehr auf die freien Strasse. Mach keine Wand, bleib regungslos. Da meint ein Berner, excuse, sind die Ehrenspieler vom FCB. Der Fridolin, mein Bub, ich frag mich, wieso, tut täglich in die lange Ehre gehen. Triff dich ein Schätzchen, ich bin ihm nachgelaufen und hab ihn am Geissengehege antroffen. Er liest dort die Bölle auf. Wah, das sag ich ihnen und verkauft sie als Kapseln für die neue Mikro-Kaffeemaschine. Am Schwingfest zu fratteln, bin ich verschrocken, mit dem Feldstecher zu mir näher dran. Ausser die Schnauze und die Hüte hat auch nichts an. Vermutlich hat er gemeint, das sagt ich, da läuft der Wiesti-Swinger-Party. Ich hab noch ein Bild vom Webby gefunden, hast du falsch? Der Fass ist gesponsert von der IWB. von der IWB. Darum müssen schnell von mir gehen. Buchtverdeckele-Haufe, da hab ich nicht viel Kraft und Strom gesponsert. Ich glaub, das wär's. Soll ich zusammen der nächste Fass? Wir Schweizer darf man gratulieren, sind Europa-Mann. sind Europa-Mann. Meister im Krux konsumieren. Auch viele Basler, und das macht man Mühe. Die haben oft und gern eine Linie ziehen. Darum schaue ich, was ich zuhaime serviere bei einem Psychli. Sonst snifft man einen der Puder von den Fasnatzküchli. Hast du auch gesnifft? Hast du auch gesnifft? Aha! Alles weggesnifft hat. Ich hab's noch mal rausgebracht. Znacht im Bett am halb und zwei sticht ein Tegermucke in mein Bein. Die, die eine Krankheit übertragen hatte, hab ich jetzt höchst Malaria. Und nach dem Verwachen direkt direkt rede ich plötzlich zäure Dialekte. Schöne Sonst Schöne 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 Liebe Allah, über den Wolken ist's grenzenlos. Nur hast du halt Pech gehabt im Franzose. Ich verstehe, du hast eine grosse Frust. Aber behalte die Freude an der Reiselust. Du musst einen Tipp für den nächsten Ausflug haben. Flieg mit einem weissen Ballon über die USA. Man sagt neu, Touristinnen, nach den Touristen und Garagistinnen, nach den Garagisten. Nach dem Fahn gibt es die Fahnin, das macht Sinn. Nach dem Flugzeugträger die Flugzeugträgerin. Nur mein Rasenroboter kann keine Roboterin sein. Da packiert jemand frei in seine Garagie. Danke, Bima. Tschau zu haben, schöne Faser. Applaus 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 Applaus